Musik Liebe MusicStore TV Zuschauer, wir sind endlich angekommen am Digitec Stand. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass der Ralf Jung hier ist, ein ganz begnadeter Gitarrist, der auf der ganzen Welt für Digitec unterwegs ist und wirklich sehr viel für die Company macht. Er wird uns heute über die Neuheiten informieren, es gibt Verstärker, es gibt Neues an Pedalen und wird uns das alles mal ein bisschen näher bringen. Hallo Ralf. Ja, hallo. Ich würde euch gerne unsere Digitec Verstärker vorstellen und zwar haben wir, um in den Markt reinzukommen, haben wir nicht nur einen Digitec Verstärker gebaut, sondern wir sind gleich auf den Markt gekommen mit sieben verschiedenen Digitec Verstärkern. Darunter gibt es Modeling Amps, Einsteiger Amps und einen echten Tube Amp, also Vollröhren Amp. Ich möchte aber anfangen mit unserer Modeling Serie und da haben wir den 30 Watt Fusion XD. Was bei dem die Besonderheit ist, es ist ein 12 Zoll Lautsprecher, 5 Presets, 12 Amp Modelle, 20 Effekte, 20 Sekunden Looper. Das heißt, ihr habt mehr oder minder alles, was ihr braucht, um in eurer Band zu üben, live zu spielen, zu Hause zu üben. Egal in welcher Situation, dass ihr euch befindet, der Amp wird euch mit Sounds versorgen. Und wann wird er ungefähr verfügbar sein? Gute Frage. Mir wurde gesagt, dass der in dem Spätsommer, Herbst in den Läden stehen wird. Und ich werde, wenn diese Amps aufschlagen, hier in Deutschland und natürlich auch bei euch im Music Store, ihr seid ja sonst so einer der Läden, der die Verstärker als erstes haben wird, werdet, so ein Deutsch werdet. Ihr habt die Verstärker als Erster. Und da werde ich natürlich da sein und den Workshop machen. Und selbstverständlich beim Music Store zum besten Preis. Checkt unsere Internetadresse www.musicstore.de www.musicstore.de